Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, bei meinen Kollegen wahrscheinlich auch, ich habe mich ganz im Mund voll, aber lecker. Wie ist denn mit Eugen Schokoläuse? Habt ihr nicht gemacht? Aber nur die von Kindern. Ja. Oder Lindt, Lindt ist auch gut. Das ist die Frage, müssen wir jetzt erwähnen, dass wir kein Geld von den genannten Marken dafür kriegen und dass das hier Schleichwerbung ist? Sicher ist er wahrscheinlich. Ich esse übrigens einen Nikolaus von einer bekannten Marken, die jemand schon genannt hat. Gefällt mir auch, schmeckt mir auch am besten. Aber ich muss sagen, Weihnachten ist ja echt immer so, du kriegst ja so viel Süßkram geschenkt, ne? Hab ich nichts gegen. Das ist immer gefährlich. Was gibt es eigentlich bei Weihnachten zu essen? Das ist die andere Frage. Meinst du jetzt klassisch Essen, Essen oder Essen süßes Essen? Essen, Essen. Essen, Essen, Hühnersuppe mit schönen Sternchen oder Buchstaben Nudeln und dann zum Schluss Ente oder Braten mit Rotkohl und Kartoffelklößen. Ich wollte schon Sauerkraut sagen. Buchstaben, Hühnersuppe. Dann macht Nelsich wahrscheinlich auch immer schön ihren Namen, setzt sich dann schön außen auf den Tellerrand wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Können wir tauschen? Was ist bei dir? Weißt du das? Ich glaube, dieses Jahr gibt es Rouladen. Rouladen? Wir machen immer Rakett. Finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Finde ich nice. Rakett gibt es zu Silvester. Ich finde immer dieses schönes Zusammensitzen, dann Rakett essen und dann, was wir sonst auch Weihnachten machen, haben wir ja gestern in unserer Folgen, im Gespräch zu schreckliche Bescherung ja schon besprochen oder erzählt besser gesagt, kommen wir zum allerletzten Türchen, zum allerletzten Rätsel für dieses Jahr. Wir hoffen, das kam bei euch gut an, dann können wir es im nächsten Jahr nochmal machen. Ja, es geht um einen Ort, der in unserer Geburtstagsfolge genannt worden ist und der Professor aus dieser Folge, jetzt wahrscheinlich noch heute im Dschungel umher und sucht nach diesem Ort. Ist ein ganz schweres Rätsel dieses Mal. Ich glaube auch, man kann gar nicht so viel dazu sagen. Es ist in Mexiko, sag mal zu viel, können wir auch noch so erzählen, glaube ich. Ich glaube, euch beiden fehlt auch gar nicht so viel dazu ein, oder? War auch schwer gewesen, muss ich sagen. Es ist schwer, aber da gestern dieser Ort in der neu erschienenen Folge, ja, okay, gestern, damit habe ich es eigentlich gerade komplett gespoilert, aber dieser Ort wurde auch in Teufelsklippe tatsächlich erwähnt, was ich sehr überraschend fand, hat mich dann auch gefreut. Wurde er erwähnt, ich meine nicht. Doch, 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 doch. Wurde er. Dass, ähm, der, ich hab den, äh, wie ich, Paul Forsters wollte zu diesem Ort immer mal hin, weil er den sehr interessant fand. Okay, weiß ich schon gar nicht mehr. Da hast du sogar drauf reagiert, als ob du das nicht weißt. Ich meine, es war ein anderer Ort. So alt bist du doch noch nicht. Jonas, hilf mir. Ich kann dazu jetzt auch nichts sagen, wie es, wie es war, äh, in der Folge von der neuesten Folge, die erschienen ist, den Tag, bevor wir diese Aufnahme gemacht haben. Ich kann zu dem Ort auch tatsächlich gar nicht großartig viel sagen, außer, dass ich weiß, dass die Besprechung, glaube ich, ziemlich, ähm, wo der Ort genannt wird, die Folgenbesprechung ziemlich mühselig, glaube ich, auch war. Also, die war, glaube ich, sehr, äh, schwierig für uns alle. Und sehr, sehr zäh. Soll ich sagen, welche Folge es sich handelt? Ist das so viel? Ich glaube, da es so schwer ist, würde ich sagen, sage ich den Folgennamen gerne mal. Und zwar ist es, äh, Grab der Maya, die ich zentral auch noch besprechen möchte, habe ich gehört. Ähm, äh, an die Kollegen. Hashtag macht mal Maya. Genau. Ne, äh, und der Ort ist da, äh, spielt eine ganz wichtige Rolle und ist dann auch so ein bisschen, ähm, ja, ein falsche, eine falsche Fährte, möchte ich fast sagen. So, wenn ihr jetzt wisst, um welchen Ort es geht, notiert ihr euch den ersten Buchstaben und jetzt müsstet ihr eigentlich alle Buchstaben zusammen haben für die Hinweise. Wenn ihr jetzt daraus schließen könnt, um welche Folge es sich handelt, dann schickt uns bis zum 31.12. den Namen der Folge per direkten Nachricht auf Instagram oder halt per E-Mail an die2.yahoo.com. Und wie gesagt, wir losen aus allen Gewinnern, äh, aus allen Einsendungen, äh, aus allen Einsendungen, äh, wir suchen aus allen Einsendungen, äh, losen wir einen Gewinner aus, der dann ein, die2-Care-Paket bekommt, samt, ähm, voll gewünscht für eine Besprechung. Ja, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wünschen euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Alles Gute, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und am 31.12., da ist ja die Dettel, ist ja dann die Dettel abgelaufen, gibt es die Adventskalender aus Outtakes. Und ich muss sagen, es gibt, glaube ich, viel zu lachen. Wir hatten, äh, einige Outtakes und, äh, einige, ich glaube, Türchen Nummer 15, Jonas, war, glaube ich, der Burner gewesen, denke ich mal. Du hast, glaube ich, dreimal angefangen, der, äh, gefühlt, äh, ja, Türchen Nummer 15, Klappe, die 15. Und, glaube ich, war dann der, letztendlich, der Türchen gebende, äh, ja, Durchbruch. Ach, dann Durchbruch. Ja, ich war jetzt kurz, äh, da, im Gegend war nicht so schnell wie meine, wie meine Gedanken. Ja, also, frohes Fest und in diesem Sinne, ho, ho, ho. Thomas, so geht das doch nicht, wir müssen irgendwas Feierlicheres machen. Ein Lied zum Beispiel singen. Wie wär's denn mit irgendwas auf Klingelöckchen, Klingelingelingen? Hm, ähm, Rocky Beach ist sicher, dank der drei Ermittler. Und jeder soll es wissen, Jelena ist beschissen. Thomas! Klingelöckchen! 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 Klingelöckchen!